so gut genug geklärt schon mal dafür ein missverständnis bist du ganz sicher bella das ist ein missverständnis war selbst zugegeben das war anscheinend echt ein missverständnis also haben wir es jetzt geklärt und es ist einfach ein beweis dafür dass ich egal bin okay gut kannst du mir mal den gefallen tun und warte mal ganz kurz wollt ihr ganz kurz hallo hallo ja hallo guten tag wie bitte ja was wenn er jetzt explodieren sollte sind bin ich dann auch in lebensgefahr dann liegen wir beide auf einmal wieso weil er jetzt gerade explodiert ist so fahr ruhig weiter kein problem ich komme mit nachgelaufen fahr ruhig kein problem stadt die leute zu stabilisieren stellte sich hier hin und macht da musik digger was ist denn das für ein typ warte 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 ich bin ein Dach höher als die. Busco, Maske unter. Busco, Maske unter. Ja, bist du das beim Buffalo? Bist du auf das Buffalo bist, hinter mir? Doch, sie darf ja auch nicht auf. Ja, denn hier wird gleich ein Shepard. Hallo. Gib dir 5 Sekunden. Gib's mir 5 Sekunden. Ja, gib ich denen. Ja, aber warum hast du die Salle auf dem Dach? Ja, aber warum hast du die Salle auf dem Dach? Bitteschön, bitte nicht runter. Ich bin unten dran. Hier, diese weiße Neon, fischst da die Waals-Baiten. Ey, die Buchsen, die Buchsen. Jungs, walla, walla, walla! Jungs, Jungs. Die Shepard die Amp. er beleidigt direkt als Notensohn rein, was ist denn mit ihm, Digga? alter ich weiß auch nicht warum ich keinen flüssigen Stream habe aber ihr müsst dagegen was tun oh mein Gott oh mein Gott einfach mal reden, dann sage ich doch den Namen nicht, hä? wo ist das Problem, meine Güte war das gerade Justin? hallo also wollen sie jetzt Ware kaufen oder nicht? ja klar ja was denn? ja aber nicht richtig sehr dank warten, soll ich den Kopf noch mal auf? so ihr packt irgendwelche Leute von uns ein oder was habe ich gehört? wir haben niemanden von euch eingefallen steigt jetzt aus und das knallt ganz einfach guck in die Acht, Digga fach 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 rechts kommt oben rechts rechts kommt rechts und rechts und rechts und holt rein die Pusen oder die Pusen, Haltet alle rein ich will da die blauen Schlümpfe da runterfallen die Marksmen hinten, Haltet auf die Marksmen rauf sie schießen von überall so weit hinten ist Ki, Haltet da jetzt rein in die Masse in die Masse, Haltet rein, Haltet rein, Haltet rein, Nehmt die Pusen, Haltet da rein, ich will da nicht rein Wir haben die Deckung! Geht dagegen! Geht dagegen! Die soll sich einfach ficken! Ficken soll die sich! Die soll sich mal ficken! Was das für ein Schwachsinn, Digga! Da gegen die mit der Gurkentruppe! Einfach hoch, Digga! Nein, das für eine Gurkentruppe ist doch das, Digga! Was für ein Schwachsinn! Da kannst du ja gleich in den Tod laufen! Gleich in den Tod laufen, Digga! Einfach ein Herz auf der Brust und sagen Tschüss, alle Idiote! Gib uns Zeit bis morgen! Jetzt lande, bitte! Ja, wir müssen doch auswinden! Nein, 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 nein! ...geholt haben und den Abtransport mit dem Boss machen, bitte. Boah, zieg einfach eine geile Sau, oder? Oder auch eins im Fett, zieg einfach eine geile Sau, Digga! Ja, ist nicht so schlimm! Äh... Äh... Schüsse! Du musst durchburken! Digga! Was meinen sie denn mit eins in den Chat? Damit es keine Missverständnisse gibt! Ich hab gesagt, äh... Du ich! Äh... Juri ist eins flat! Hallo für die! Komm! Du kannst mit deiner Waffe fahren! Du lässt deine Maske auf, du steigst ein, keiner verfolgt dich! Komm! Du kleiner Bastard, du kannst nicht verhandeln! Komm raus! Komm raus! Der macht nur ein bisschen Witze! So, wir verhandeln weiter! Alles klar, ähm... Spaß beiseite jetzt, Leute! Also wie gesagt, ich geh jetzt raus, ich teste... ...dann ist, ne? Sie haben jetzt noch die Chance, die abzumachen, so... Sollte das der Fall sein, dass sie ohne Parkkralle dran ist, gebe ich eine Geisel frei! Okay, daher kommen sie gucken! Geh mal bitte nach hinten! Lass mich fahren! Ey, ey, hörst du! Dennis! Dennis, sei leise! Ja, die Jungs, ich lass jetzt! Äh, ich hab keinen Bock hier, jälle! Wie ist die aktuelle Lage? Ja! Ja, sie können fahren, wenn sie wollen! Fahren sie weg! Fahren sie weg! Gehen sie weg! Gehen sie weg! Gehen sie weg! Lass ihn laufen! 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 Der Herr! Der Erste aus ihrer Truppe hat sie verraten schon! Der Herr! Hoher Seite, ja? Nichts machen! Ich komm hier an die Seite! Ich steck ihnen das zu! Nichts machen, der Herr! Ich schieße sonst nicht direkt! Oh mein Gott, der Herr! Das war ja so klar, der Herr! Was? Nein, schießen bitte! Ich bin hier los! Scheißeln schießen wir nicht hier! Ach du Scheiß! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, ich hab's gehört! Nice! Jawoll! Ey, können wir dann bei dir ins Dorf rein kommen? Frag, frag ob wir ins Dorf rein können dann! Ey, warte! Tschült mal bitte jetzt! Frank, willst du dich safe? Äh, Sägewerk? Nein! Wartet doch mal! Okay, Maxim! Das Sägewerk ist zu schnell zum Treffen! Ähm... Ich schäle nur schwarz! Ich schaue kurz an, bevor wir... Ja, nur Marco! Aua! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Es brennt! Es brennt! Mensch, jetzt brennt das Auto schon lieber! Tipp der hast! Wir suchen vorher und wenn da nichts dabei ist, was irgendwie illegal ist, dann können wir das gerne so machen. Ja, okay. Wollen sie nicht noch Verbandskasten, Reparaturkits oder so checken? Ja! Der holt Zeit raus! Hier fahren Autos an, ne? Mein Schuh! Alles gut, das bin ich! Bin ich! Alles gut! Das war so klar, ne? Hallo! Rossi, ich hab ne Frage! Ja? Ja? Wow! Das ist schlecht! Ey, Granit! Wegen der Aktion gerade! Ja? Ach! Ich f*** dich nach Ende! Oh! Das war doch ein kurvor seguinte Sache! jetzt ficken wir die mein gott ich würde noch scheiße scheiße man ich weiß nicht gegen wen ich schießen soll die hälfte fährt von uns mit privaten autos wer ist wer hat bruder wer ist wer ich habe jetzt eine frage was genau ist jetzt phase der von dem spekter der nicht ja mach ich so schön hallo ich stehe doch immerhin da du darfst ganz links unterstützt unterstützt sein geschlecht wer ist der karl was machen wir denn wer ist dieser karl was es ist der don überfahren ne das nicht natürlich ne mach ich einmal das soll es echt nicht auf mich und das und das und das also der falsche sitzt okay das ist der andere sitzt also ich stehe am besten einfach selber aus drei zwei drei lass das ey lass das nö hä au ja was denn was euch schlimme ist doch warum warum mich ist du ein du du kleiner du ich jetzt fresse also habt ihr mich gehört was denkst du halt nicht der kleine katsu ist